Ich bin Thomas Bardot. Ich habe um eins einen Termin. Nehmen Sie Platz. Aber ich habe einen Termin um ein Uhr und jetzt ist es eins. Sie sind erst im Computer, wenn Sie das ausfüllen und herschicken. Ich habe es wirklich geschickt, deshalb bekam ich auch diesen Termin. Sie sind nicht im Computer. Ich bin Brandy. Ich bin ja da. Müssen wir aufs Töpfchen? Ich erwäge Sie, als die neue Stationsleiterin vorzuschlagen. Ich soll Stationsleiterin werden? Worüber bist du denn so glücklich? Ich danke dir, Jesus. Und danke, Lord. Helfen Sie mir. Es war nicht meine Schuld. Sie hätten aufpassen müssen, wo Sie hinlaufen. Bring mich in ein Krankenhaus. Du kannst mich in der Nähe absetzen. Ich werde denen nichts über dich sagen. Ich kann denen doch gar nichts über dich sagen. Warum tun Sie mir so was an? Ich brauche deine Hilfe. Ja, aber du hast nicht gesagt, dass du einen angefahren und mit nach Hause genommen hast. Ich sag nur aufhören! Brandy hat was angefahren. Und was? Die ganze Windschutzscheibe ist voller Blut. Ja, du hast vorhin gesagt, du wirst ihn entsorgen. Dann erklär mir endlich, wie du das anstellen willst. Dein Blut ist überall. Das kriegst du nicht mehr weg. Ich kenne dich doch gar nicht. Ich weiß nicht mal, wo ich bin. Du darfst mich nicht so zurücklassen. Stehen bleiben. Das war heute ein fürchterlicher Tag für mich. Das war heute ein fürchterlicher Tag für mich.